Musik Schlüpft in eure Beskar-Rüstung, setzt den Helm auf und kommt an Bord der Razorcrest. Willkommen zum nun wöchentlich stattfindenden Recap zur neuen Staffel The Mandalorian. Wir begrüßen euch hier in den Weiten der Star Wars Welt als an meiner Seite Patrick. Hi. Und Paul. Hallo. Und ich bin Christopher. Endlich ist sie da, Season 2. Wir haben ein ganzes Jahr lang drauf gewartet, wir haben viel spekuliert und der Hype ist in den letzten Wochen gewaltig angestiegen. Die Promotion ist gewaltig angestiegen. Oh ja. Es ist, man könnte momentan sagen, das Zugpferd der Disney-Star-Wars-Ära und vielleicht ist das ein bisschen zu viel verlangt, weil ich bin immer noch der Meinung, das sollten die Filme leisten und nicht eine Serie auf dem Disney-Streaming-Service. Aber nun gut, die Fanbase hat gesprochen. Sie hält The Mandalorian momentan als das Herzstück des ganzen Franchises hoch. Die Erwartungen sind gewaltig und wir werden sehen, ob diese erfüllt werden können. Wir haben nun das erste Kapitel dieser neuen Staffel vorliegen mit dem Titel, er ist mir gerade empfallen, Der Marschall. Der Marschall. Klingt wieder sehr westernartig. Oh ja. Also stilistisch bleibt die Serie sich selbst wieder treu. Ja. Wir knüpfen nahtlos da an, wo wir aufgehört haben. Mando und Baby Yoda sind auf der Suche nach Baby Yodas Heimatplaneten. Die Anführerin der Mandalorianer gab ihm ja diese Aufgabe, so verlangt es der Kodex. Und er ist zunächst einmal auf der Suche nach anderen Mandalorianern, die vielleicht mehr wissen über die Schlacht zwischen Mandalor und den Jedi-Rittern und die deswegen auch wertvolle Informationen haben könnten über den Heimatplaneten des Kindes. Und wir sehen Mando auf einem wie immer zwielichtigen Planeten zwischen zwielichtigen Gestalten, wo er einen Ringkampf besucht. Und ich fand das sehr interessant, ich liebe es, wenn im Star Wars-Universum es immer bestimmte Dinge gibt, die halt klar an unsere Welt erinnern, nur halt Alien-mäßig verfremdet werden. Er besucht halt mit dem Baby eine Arena, eine Halle, wo sich Zuschauer einen Kampf zweier Alien-Rassen ansehen, die ganz klar so aussehen wie die Wachen in Jabba's Palast, ist vermutlich auch die gleiche Rasse. Und die sind in einem Ring, aber die schlagen mit Äxten aufeinander ein. Und mein erster Gedanke war, ich möchte diesen Sport auch in unserer Welt sehen. Ja, mein erster Gedanke war, irgendwie habe ich so einen Ringkampf schon das ein oder andere Mal im Science-Fiction-Gewand gesehen. Nicht nur im Science-Fiction-Gewand, aber es war nett. Es war eine nette Einführung, vor allem bei dem, was dann bei der danach kommenden Auseinandersetzung passiert, wo man dann Baby Yoda und Mando so richtig schon als eingespieltes Team sieht. Ja, also man hat sofort am Anfang den Bund zwischen den beiden wieder schön erneut etabliert. Mando tappt dort, was diesen Informanten betrifft, der ihm Infos über andere Mandalorianer geben will in eine Falle. Und er ist umstellt von Feinden. Man hat diese Szene auch im Trailer gesehen. Sie zücken alle ihre Waffe. Und Mando aktiviert diese, wie nannten sie nochmal? Wie nannten sie sie nochmal in der ersten Staffel? Vögel? Oder? Ja, es waren Vögel. Genau. Dieses kleine Raketengeschoss an seinem Handgelenk. Baby Yoda weiß genau, was folgt, versteckt sich und Mando macht kurz einen Prozess mit seinen Gegnern. Und dieser eine Informant, den er dann zunächst leben lässt, sagt ihm, du musst an einen bestimmten Ort zurückkehren, dort gibt es einen Mandalorianer. Und es geht wieder einmal nach Tatooine. Hm. Da waren wir schon lange nicht mehr. Ja, richtig. Mein Gott, ist das ewig her. Was war euer erster Gedanke, als es hier ist, es geht wieder zurück nach Tatooine? Äh. Ja. Es war genau diese Sache, die ich auch schon bei der Szene zuvor hatte, bei dem Ringkampf. Och, schon wie. Also, ich habe genau schon wieder die Assoziation gehabt. Ja, das habe ich jetzt irgendwie schon mal gesehen. Schon ein paar Mal. Einige Mal. Ja, ich finde es ja okay, wenn man diesen neuen Welten etwas, eine neue Facette hinzufügen kann. Dann ist das angebracht, wenn man dorthin zurückkehrt. Und es gibt ja auch immer wieder schöne Fan-Momente, wenn man an diese Orte zurückkehrt und dann sieht, was hat sich da seit dem letzten Mal verändert. Aber das ist ein valider Kritikpunkt der gesamten Fanbase. Und dem muss ich mich auch anschließen. Dass wir immer und immer wieder an die gleichen Orte, auf die gleichen Planeten zurückkehren, das lässt diese gewaltige Galaxis deutlich kleiner wirken. Man hat öfters den Eindruck, man ist hier nicht in einem Universum, sondern in einer Nachbarschaft. Das ist halt wirklich klein und inzestuös, vor allem, weil in der Hauptsache alles irgendwie mit einer Familie in Verbindung steht. Das macht es unnötig klein. Das ist ja ohnehin, ja. Aber das ist halt in erster Linie auch ein Schwachpunkt der Filme. Aber ich hoffe halt, dass sich diese Krankheit nicht zu sehr auf die Serie ausbreitet. Natürlich, Fanservice ist angebracht, wenn es nicht zu plump und platt ist. Und es ist ja auch als Fan schön zu sehen, dass man wieder mit Dingen konfrontiert wird, die man kennt und wo man sich zu Hause fühlt. Aber nun gut, es geht wieder einmal zurück nach Tatooine. Und ich hätte nicht gedacht, dass der erste Charakter, den wir aus Staffel 1 dann neben Mando und Baby Yoda wiedersehen, diese Frau an dem Hangar ist mit ihren Mini-Druiden. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir die wiedersehen von allen. Also Baby Yodas Babysitterin. Ich habe halt eher mit Gina Canaro oder mit dem anderen gerechnet, aber nee. Ich dachte auch, Carl Weathers, Gina Carano, irgendeiner von denen muss es sein, aber nein. Wir sehen sie wieder, die dieses Mal aber ihre Aufgabe als Babysitterin nicht erfüllt. Denn Mando borgt sich von ihr ein Speeder-Bike und rast auch schon los in die Wüste und nimmt Baby Yoda mit, überraschenderweise. Denn sie erzählt ihm von einer Stadt, wo dieser eine Mandalorianer angeblich zu finden ist. Und es ist nicht Mos Eisley. Man dachte sich, okay, wir gehen zurück nach Tatooine, aber wir zeigen euch ein anderes Wüsten-Kaff vom Promiss. Wahnsinn. Da muss ich dann nur sagen, in dem Moment hat dann dieses Western-Feeling, was du am Anfang nochmal so schön beschrieben hast, nochmal richtig gekickt. Also ich finde, von den Western-Vibes her hat man hier nochmal fast nochmal ein Stück draufgelegt, weil als er dort in diese Stadt kommt, das ist am Anfang so wie so eine halbe Geisterstadt. Also sind Leute da, aber das wird schon wie in einem Western in Szene gesetzt. Und dann auch, wenn es zur Begegnung mit dem Marshall kommt, dann hat das schon sehr deutliche Anleihen. Ja, die Western-Anspielungen, die waren schon immer stark vertreten. Aber hier, mein Gott, alles, was gefehlt hat, war wirklich so ein Tumbleweed, das durch die Straße der Stadt weht. Vor allem Timothy Olyphant, der sich als der Typ in der Mandalorianer-Ausrüstung entpuppt, der ist jetzt auch im Western-Genre kein unbeschriebenes Blatt. Der hat schon in Deadwood und in Justified eine ähnliche Rolle von einem Sheriff oder Marshall wie der Willen gespielt. Also passt das wie Arsch auf einmal, das ist echt keine Zufallsbesetzung. Das glaube ich auch. Das war eine ganz klare Hommage. War Timothy Olyphant nicht sogar auch zuletzt in Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood? Ja, genau. Wo er ebenfalls einen Schauspieler in einer Western-Serie verkauft. Richtig. Meta-Ebene auf Meta-Ebene auf Meta-Ebene. Oder auch einfallsloses Casting, wie man es nimmt. Ja, also es gab... Nee, ich fand's, ich sehe ihn gerne. Es gab ja schon immer irgendwie Hommage-Casting bei Star Wars. So zum Beispiel halt, warum hatte man Christopher Lee in den Prequels? Weil er ja ein Veteran dieser alten Hammer-Studio-Horrorfilme war. Und das war ja auch Peter Cushing, Grand Moff Tarkin aus Episode 4. Aber das nur ein kleiner Exkurs nebenbei. Wir treffen also diesen Marshall, der in dieser Kleinstadt die Hosen anhat, was nicht allzu schwierig sein kann, weil man hat den Eindruck, da leben fünf Leute. Und der Marshall trägt eine Mandalorianer-Uniform, aber nicht irgendeine. Eine, die einem doch recht bekannt vorkommt. Sie ist rot-grün und ziemlich verbeult und gebraucht. Und man hat sofort eine Ahnung, aber dazu kommen wir noch nicht. Es gibt ja nur den einen bekannten Mandalorianer, wer könnte das jetzt sein? Ja, genau. Aber wir halten es mal spannend. Wir wissen es nicht. Der Marshall jedenfalls ganz westernmäßig ordert einen Drink und möchte sich mit Mando erst einmal die Kante geben. Sie setzen sich an einen Tisch und er nimmt sofort den Helm ab. Was ihn quasi sofort als Mandalorianer disqualifiziert. Und was bei Mando auch klar macht, dass er hier den Kodex vertreten muss und die Uniform von ihm, die Uniform beziehungsweise die Rüstung von ihm sofort verlangen muss. Er hat sie ihm abzugeben, denn er darf sie als Nicht-Mandalorianer einfach nicht tragen. Er weigert sich aber, und wir gehen gleich zum nächsten Westernpunkt über, denn es kommt fast zum Duell zwischen den beiden, als die Erde bebt und der ganze Ort erschüttert wird. Denn wir haben plötzlich ein Crossover mit Dune dem Wüstenplaneten. Nein, haben wir nicht. Aber es ist das, was Dune am nächsten kommt, vor allem wenn Dune schon wieder verschoben wird. Leider. Sagen Sie einfach mal, die haben sich davon inspirieren lassen. Ich habe auch am Anfang echt gedacht, okay, sie machen es jetzt wirklich, es ist ein Wurm. Aber nein, wir werden ja dann eines Besseren belehrt, was dieses Wesen ist, was da das Erdbeben auslöst. Ja, dieses Wesen ist ja zum Glück Teil des Star Wars Lores. Also man hat es schon, wie ich erfahren habe, in verschiedenen Bereichen wahrnehmen können. Insbesondere auch in den Videospielen. Ich weiß jetzt nicht in welchen, aber man hat in einigen älteren Spielen auch gegen so einen Drachen kämpfen müssen. Und auch gehen wir ganz zurück zum Anfang. Eine neue Hoffnung. Wenn R2 und 3PO da durch Tatooine stapfen, hilflos, dann liegt da ja so ein riesiges Skelett im Hintergrund. Und das soll, glaube ich, auch einer dieser Drachen sein. Also das ist jetzt nicht etwas, was sich Jon Favreau hier völlig aus den Rippen geschnitten hat. Aber diesen Drachen gibt es wahrscheinlich schon länger. Jon Favreau ist auch eher ein erweiterte Erfüllungsgehilfe. Und an den ganzen Disney-Remakes haben wir gemerkt, er ist jetzt nicht der Beste, sich was Neues einfallen zu lassen. Da kann man davon ausgehen. Es ist einfach ein Hommage. Ja, ich meine, immerhin kennt er sich aus in dieser Welt. Genau. Man kann ihm viel unkreatives Storytelling vorwerfen, aber dass er und Dave Filoni wirklich Leidenschaft für diese Welt empfinden, das kann man den beiden nicht absprechen. Ja, ich würde halt nur ab und zu mal Dave Filoni mehr das Rude überlassen. Der hat nicht umsonst einige der besten Clone Wars Folgen gemacht. Ja, ich bin noch gespannt, so zu sehen, was Dave Filonis Anteil an dieser Staffel noch sein wird in Sachen Writing oder auch Directing. Ja, dieser gigantische unterirdische Drache erschüttert die ganze Stadt. Und dann sind Mando und der Marshall auch sofort fertig mit ihrem Disput. und wollen einen Deal eingehen. Mando soll ihm dabei helfen, den Drachen loszuwerden. Und er sagt ihm, nein, das geht nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Wenn du den Drachen aus der Luft erledigen willst, dann spürt er die Vibration deines Schiffes und verzieht sich sofort wieder. Was er ihm dafür übrigens anbieten will, ist, dass er ihm dann die Rüstung überlässt, wenn sie den Drachen erledigen. Ja. Ja, also für mich war das dann der Moment in der Folge, wo ich gedacht habe, aha, okay, wir belassen es also wahrscheinlich nicht mit diesen Einzelgeschichten, sondern wir konzentrieren uns jetzt wirklich wieder auf die Mission der Woche quasi. Oder ich hoffe nicht, dass es so Mission der Woche wird. Wir haben ja jetzt erst eine Folge gesehen, aber es war mir dann zumindest schon klar, dass es sich diese Folge dann halt nur, in Anführungszeichen, um das Problem mit diesem Drachen drehen wird. Ja. Und dadurch ist die Folge wieder so ein 90er-Jahre-Relikt. Ich hoffe auch nicht, dass er so Lone Wolf in Cup-mäßig dann von Dorf zu Dorf zieht und dann so seine Quests hat und dann wirklich nur babyschrittweise weiterkommt. Ja, also für mich das Problem ist, also zum Beispiel in den alten Star Trek-Serien. Ich liebe die alten Star Trek-Serien und da hat man das ja auch ganz oft mit den Einzelepisoden, wo es jede Folge um ein anderes Thema geht. So, da ist aber so, da gibt es eine Stammcrew oder da gibt es Figuren, die finde ich toll, den kann ich folgen. Den gucke ich einfach zu, weil ich den zugucken möchte. Jetzt habe ich hier den Mandalorianer, der mir eigentlich nicht so viel gibt, mit dem ich nicht so viel anfangen kann und den jetzt Woche für Woche oder eben jetzt durch dieses kleine Abenteuer umzuverfolgen, das gibt mir nicht so viel, als wenn ich da tatsächlich was dahinter stehen hätte. Und die Nebenfiguren, die reißen es für mich jetzt in dem Fall jetzt auch nicht raus. Bei Star Trek, da hast du trotz dieser Einzelepisoden auch eine Charakterentwicklung, die sich über die ganzen Staffeln zieht und eben so sehr wohl irgendwo eine Hintergrundhandlung, die sich dann unauffällig fortspinnt. Und du hast tatsächlich da die glaubhafteren Charaktere, mit denen du mitfieberst. Das fehlt bei Mandalorian irgendwie so ein bisschen noch. Ja, es ist halt in erster Linie auf den Action-Adventure-Part zugespitzt angesetzt. Und ich mag schon Mando als Charakter. Ich weiß, er ist unheimlich simpel gestrickt und die anderen Figuren auch. Aber gut, man kann immer wieder sich darüber streiten, ist das nicht irgendwo im Geiste von Star Wars, dass man eben nicht so sehr in die Tiefe geht, was das betrifft, und halt in erster Linie immer noch ein eskapistisches Abenteuer zelebrieren möchte. Ja, finde ich schon. Aber wir haben das ja auch bei anderen Star Wars-Charakteren und auch in den Star Wars-Filmen, da gibt es Charaktere, die mir bei weitem mehr am Herzen liegen als dieser Mandalorianer, den ich jetzt schon eine Staffel lang verfolgt habe, der mir aber nicht wirklich sympathisch oder nicht wirklich, der mir nicht zugänglich gemacht wurde, mir persönlich. Ich ziehe da einfach mal Dom. Die Entwicklung, die Mandalorian hat, die ist in der ersten Folge abgeschlossen. Dieser kaltblütige Killer merkt auf einmal, dass er doch eine menschliche Seite hat. Bums, das war's. Deswegen hat er jetzt auch den Timothy Olyphant nicht direkt erschossen, sondern fängt auf einmal auf ihn einzugehen. Ja, das ist die Entwicklung, die er durchgemacht hat. Ich glaube nicht, dass da noch mehr kommen wird. Nee, ich glaub das nicht. Dass er jetzt Vatergefühle hat. Ja, vielleicht wird er ja noch mehr ein Rebell im Herzen. Vielleicht wird er ja noch etwas mehr politischer und wird sich noch weiter in den Kampf gegen die Überreste des Imperiums involvieren. Aber nun gut, wir haben jedenfalls den Konflikt mit diesem unterirdischen Drachen. Und die Bürger dieser Kleinstadt und der Marshall und der Mandalorian treffen daraufhin eine eher umstrittene Entscheidung. Sie verbünden sich mit den Taskenräubern und entwickeln einen Plan, wo sie halt Sprengstoff auslegen wollen, um diesen Drachen dorthin zu lotsen, um ihn dann effektiv in die Luft jagen zu können. Und da kommt eigentlich auch schon die größte Stärke dieser Episode zur Geltung. Man sieht an dem Budget und den Effekten ist noch mal ordentlich was draufgelegt worden, weil der finale Kampf zwischen den Bewohnern und den Tastenräubern gegen diesen Drachen, der hatte es schon in sich. Der war visuell hervorragend in Szene gesetzt und war schon fast auf Kino-Niveau. Und ich fand das schön, dass das auch so eine kleine taktische Komponente hatte, wie sie denn diesen Drachen da bearbeitet hatten. Also nicht nur stumpf draufballern, sondern auch ein bisschen mit Sinn und Verstand vorgehen. Das bin ich von Star Wars eigentlich gar nicht mal so gewohnt. Ja, wir kennen es. Ein Showdown in den Filmen erschöpft sich normalerweise in dem endlosen Zuge Schütte von Effekten. Genau. Aber ich muss auch auf jeden Fall sagen, dass was die Optik und was den Look angeht, dass das sieht schon richtig gut aus. Und auch was Musik und Soundgestaltung angeht, boah, da war ich dann doch wieder so ein kleiner Fan von, wenn ich da so schön ... Also immer, wenn es zu Actionsequenzen kommt oder so, boah, das hat mir schon gefallen. Ich mochte auch den Drachen ziemlich gern. Also ich fand das Design gut. Und zwar mal nicht wieder so dieses Standardvieh, dass auch die Banters hätten erledigen können, sondern der hat auch ein bisschen Bedrohlichkeit gezeigt, indem er viele von diesen riesigen Büffeln verschlungen hat. Ja, und er konnte Säure spucken. Das ist das Totschlagding schlechthin für Aliens. Immer wenn es irgendwie ... Seit Alien selbst, wenn da irgendwie Säure im Spiel ist, dann zieht sich bei mir auch immer alles zusammen. Das ist für mich immer das Ekligste. So kommt es jedenfalls, dass die Bürger es schaffen, den Drachen zu erledigen. Sie sprengen ihn. Der Tag ist gerettet. Mando und der Marshal halten beide ihr Wort. Mando bekommt die Rüstung zurück. Und macht sich wieder auf den Weg. Und da sehen wir eine Gestalt am Horizont stehen, die Mando zusieht, wie sie davonfährt. Sie dreht sich um. Und es ist tatsächlich jetzt der rüstungslose Boba Fett, wiedergespielt von Tamuera Morrison, der ja auch schon Jango Fett spielte. Und da ja nun mal der kleine Boba Fett, den wir in Episode 2 sahen, nicht sein Sohn war, sondern eben sein Klon, macht es natürlich dann Sinn, dass er jetzt als Erwachsener genauso aussieht. Also auch in sich schlüssiges, logisches Casting. Was haltet ihr davon, dass Boba wieder mit an Bord ist? Ich bin gespannt, wohin die Reise geht, aber so richtig gecatcht hat es mich auch am Ende nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich bin gespannt, was sie damit vorhaben. Aber ich erinnere nur an den Season 1 Cast von Chris und mir. Und einen Dom, wo ich, ja, und du auch dabei, wo ich schon spekuliert habe, der wird wahrscheinlich aus dem Loch gekrochen kommen, der Boba. Und dann passiert es. Also ich bin gespannt, was sie damit vorhaben. Ich finde es bisher ein bisschen einfallslos. Ja, mein größtes Problem mit der Folge ist halt, wie ich es heute auch schon in der Plauder-Gruppe erwähnt habe, die Motivation von Mando, das alles hier zu machen, war mir ein wenig befremdlich. Weil er hat am Ende der ersten Staffel von der Mandalorianer-Lady den klaren Auftrag bekommen, den Heimatplaneten zu finden. Dann sagt er sich, okay, dann suche ich jetzt andere Mandalorianer, die mir dabei helfen können. Er findet diesen Marshal. Er sagt, ich will die Rüstung wieder haben. Er sagt, ich gebe dir die Rüstung, wenn wir diesen Drachen erledigen. Und nur um die Rüstung wiederzukriegen, nimmt er all das auf sich und gefährdet sein Leben. Und verliert da irgendwie Baby Yoda als Hauptpriorität völlig aus dem Auge. Er nimmt ihn ja sogar mit ins Getümmel. Ja, deswegen fiel es mir ein bisschen schwer, da so richtig mitgehen zu können. Weil ich habe eigentlich gedacht, wir konzentrieren uns jetzt zu Beginn von Staffel 2 eben auf das Wichtigste. Ja, bitte. Und haben da eben diesen klaren Plot vor Augen, Baby Yodas Heimat zu finden. Und das wirkte wie so eine Detour. Das wirkte halt wie so ein Abstecher woanders hin, bevor wir uns dann wieder auf den Hauptweg machen. Und das fand ich, obwohl die Folge großartig inszeniert war und so, und vom technischen Aufwand eine Menge zu bieten hatte, wirkte das wirklich tonal ein bisschen irritierend. Und überhaupt Baby Yoda, das fand ich sehr seltsam. Er ist momentan, das kann man nicht anders sagen, der populärste Charakter des ganzen Franchises. Und dann war er in dieser Folge einfach nur da. Also, du hast gemerkt, Jon Favreau hat sich wohl gedacht und hat zu seinem Kameramann gesagt, okay, Baby Yoda hat in dieser Folge überhaupt nichts zu tun. Aber er ist halt die beliebteste Figur. Ich möchte, dass du, wann immer etwas passiert, einen Reaction-Shot von Baby Yoda hast. Wann immer etwas passiert, wir schneiden kurz auf ihn, er guckt dann irritiert oder macht irgendwas Niedliches und dann geht's weiter. Und du hast immer diese ... Das wirkte so, jedes Mal, wenn er in der Folge zu sehen war, ja, er ist noch da. Ja, er ist noch da. Keine Angst, er wird später wieder eine wichtige Rolle spielen. Ja, ich mochte halt trotzdem den Moment, wo er diesen Panzerdings aus dem Kinderwagen hochfährt, während die Vögel da rumgeschossen haben. Aber ansonsten stimme ich euch dazu. Ja, deswegen, für einen Staffelauftakt war das ein bisschen komisch. Das wirkte eigentlich mehr so wie so eine Folge, die in der Mitte der Serie oder in der Mitte der Staffel laufen sollte. Ich weiß nicht, wie so eine Filler-Episode jetzt noch vorm Finale oder so. Eine Filler-Episode, die 54 Minuten geht und dann ist man in der Handlung trotzdem nicht wirklich großartig weiter. Ich wollte gerade sagen, eine der längsten Folgen kann das sein. Obwohl ... Ja. Ich kann sogar sein, dass das die längste Folge der Serie bisher ist. Gab es in der ersten Staffel eine Folge, die über 50 Minuten lang war? Ich weiß nicht, ob die letzte ... Waren die letzten nicht? Das kann hinkommen, ja. Aber auf alle Fälle überdurchschnittlich lang. Ja, für Mandalorian, ja. Wobei man da auch wieder sagen muss, die gut die letzten sieben Minuten nimmt ... Also fast sieben Minuten nehmen auch wieder die wunderschönen Credits ein. Ja, also diese Credits, die sind nach wie vor ... Dass man sich da so viel Mühe gibt mit etwas, was die meisten Leute skippen, das ist schon beachtlich. Ich liebe diese Zeichnungen, die da immer eingeblendet werden. Wirklich. Und den Score von Göransson ja sowieso. Es ist tatsächlich die längste Folge. Ich habe gerade nachgeguckt. Ja. Ha. Interessant. Ja, fassen wir zusammen. Technisch natürlich hundertprozentig überzeugender, aber tonal etwas und inhaltlich leicht verwirrender Staffelauftakt. Mhm. Ja. Uns wurden ein paar Brotkrumen dahin gestreuselt, denen wir jetzt folgen müssen. Und wir können nur hoffen, dass es zu einem appetitlichen Gericht, einer appetitlichen Mahlzeit führt. Vor allem hoffe ich, dass man aus Ahsoka und aus Boba Fett dann auch wirklich mehr macht als nur Fanservice und dass die Story-Technik irgendwie eine gewisse Relevanz haben. Ja, die Zweifel sind durchaus berechtigt, wenn man damit ansieht, wie sie da bisher so mit umgegangen sind. Und von eurer Seite noch was? Geben wir hier wieder Punkte oder sonst was? Ja gut, vergeben wir schnell Punkte. Ich vergebe, ja, sagen wir mal, drei von fünf gigantischen Sandwürmerndrachen. Weil ich kann nicht wirklich behaupten, die Folge war schlecht. Dafür war sie einfach zu tiptop inszeniert, hat einem zu viel geboten an Schauwerten und auch gut eingestreut im Fanservice. Aber so eine Folge als Staffelauftakt zu benutzen und eben nicht, wie man es von einer ersten Folge einer neuen Staffel zu erwarten hat, eben alle Figuren in Position zu stellen, dass man dann wirklich, dass die Geschichte einen Flow entwickeln kann, war schon ein bisschen seltsam. Ja, ich vergebe 2,5 Sanddrachen. Und ja, warum, ist vielleicht durchgeklungen. Ich bin trotzdem gespannt, was jetzt die nächsten Wochen bieten. Und ich habe so meine Hoffnungen noch nicht ganz aufgegeben, zumal, wie Christopher gesagt hat, das wirklich extrem gut aussieht. Und allein deswegen werde ich auf jeden Fall dranbleiben. Denn das macht schon Spaß, sich da einmal die Woche so berieseln zu lassen. Ich bin bei drei Punkten. Ich wollte erst 2,5 geben, aber mir hat dieser Drachenkampf Spaß gemacht. Und ich fand auch Olyphant in seiner Rolle gut. Viel mehr als ein bisschen über den Durchschnitt war es dann eben nicht. Ja, da kann ich mich anschließen. Gut, wir sind gespannt, was folgen wird. Oh ja. Und wir sind gespannt, wen wir doch alles wiedersehen werden und in welcher Verbindung sie miteinander stehen. Und damit sind wir am Ende. Wir sehen uns, wir hören uns nächste Woche. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Genau. Und wenn ihr noch was zu der Folge zu sagen habt oder selbst mal eure Meinung loswerden wollt, dann schreibt uns doch gerne oder diskutiert mit uns in den Kommentaren bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram oder beim YouTube Upload oder Blog unter tele-stammtisch.de. Man kann uns außerdem auch bewerten, wenn ihr mögt, was ihr hier macht, auf Apple Podcast, bei Facebook oder bei podcast.de. Wir sind über Feedback in jeglicher Form sehr dankbar, kritisiert uns, lobt uns, macht, was ihr wollt. Und falls ihr selbst mal mitmachen wollt, hier der Tele-Stammtisch. Das ist ein Projekt von ganz vielen verschiedenen Leuten. 50 an der Zahl sind wir, glaube ich, so ungefähr. Also, wenn ihr da selber mal mitmachen wollt und auch Shows oder Filme oder was auch immer besprechen wollt, dann meldet euch doch gerne unter der E-Mail info-stammtisch.de Und damit bin auch ich fertig hier bei dieser Besprechung und ich sage Tschüss. Applaus